Da wird Izzy gleich wieder rummeckern, dass sie Hoops sein wollte. Was hat sie davon, Alter? Warte, ich nehme Wille, dann muss sie den Jungen nehmen. Schachmatt. Sehr gut. Bitte nimm Piet. Niemand will Piet sein, oder? Oh, endlich. Meine Güte, ey. So, jetzt werden wir noch eine halbe Stunde brauchen, bis Izzy auch im Game ist. Hallo Izzy, schön, dass du da bist. Wieso habt ihr euch denn jetzt die Mädchen gekrapscht? Na Izzy, willst du nicht Piet sein? Nein, Piet sieht irgendwie zu Strebermäßig aus. Ich sage ja, niemand will Piet sein. Ich habe überlegt, ob ich es aus Mitleid tue. Aber dann habe ich gesagt, nein, ich möchte auch nicht aus Mitleid gewählt werden. Ich meine, wir sind uns hoffentlich alle klar, dass ich den coolsten Charakter habe. Also, ich wäre lieber Willow gewesen. Ernsthaft? Hast du das Shirt gesehen? Hast du Hoops Shirt gesehen? Hoops erinnert mich an Boops, deshalb hast du sie wahrscheinlich ausgewählt, ja? Nein, Hoops erinnert an Hoops. Und sie hat einen Testos, einen steroidenverseuchten pinken Garfield auf Skateboard auf ihrem Shirt. Wie krass ist das dann? Musik ist voll chillig, gefällt mir. Ja, gut, okay. Legen wir los, oder was? Auf geht's! Ach, ihr habt nicht gewartet. Jungs, wo seid ihr? Wieso Jungs? Mädels! Alter! Geht hinter mir! Geht euch in eure Rolle! Oh, Alter, wie hoch kann man denn hier springen? What the fuck? Wir sind zwar winziger, aber wir können ganz hoch springen. Oh mein Gott, hinter dir ist sie! Hinter dir! Oh mein Gott! Oh, ist die knuffig! Hallo! Natürlich, ich bin glücklich, dass es nicht groß genug ist, um mich zu spüren. Oh, ich habe einen Stein. Ich habe unsere Geheimzentrale gefunden. Oh, Frick! Help! What? Wieso? Ameisen! Oh mein Gott, aber die waren doch eben noch so friedlich. Ja, ich habe die mit den Stein gehauen. Ich habe bei The Forest gelernt, dass man nicht gleich zuschlagen darf. Okay, das ist Eikas Problem. Nicht zuschlagen ist sie, nicht zuschlagen. Die haben es nur auf Eika abgesehen. Deshalb glaube ich auch. Hallo, ihr süßen! Na, ihr kleinen süßen Arbeiter! Müsst ihr nicht arbeiten? Können mich reviven? Ich zeig dir doch jetzt nicht, dass ich mit dir verbündet bin. Geht nicht. Kann ich nicht, weil du wirst irgendwie... Und die sind zu uns? Sehr nett. Ich gebe einfach auf. Geht nicht. Oh nein! Okay, RIP. Da waren es nur noch wir, Izzy. Oh. Oh, guck mal, hier liegt Eikas Loot. Guck mal, wir schon so viel haben, ne? Nicht mich looten! Oh, der Rucksack sieht cool aus! No. Oh, da steht ja tatsächlich... Aber hier ist Eiling. Hier ist Essen. Wo? Hier sind Mushrooms. Warte mal, ich bringe welche mit. Oh! Was ist das denn? Oh mein Gott. Das... Das ist ne Blattlose oder so, oder? Oh! 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 Das ist voll mit Insekten. Aber die Atmos cool, Alter. Und der Soundtrack bockt übel. Voll chillig. Hm. Irgendwie so, keine Ahnung, was von so einem... Hallo! ...90er Teenie-Film. Irgendwas Fantastisches. Hey there, buddy! Na du? Versteh das noch nicht, aber hier können wir irgendwas machen. Tooltip-Icons indicate whether an object can be harvested by chopping, busting or digging. Achso, requires a chopping tool. Warte mal, hier drinnen können wir craften, oder was? Im Zelt... Ich weiß nicht, was wir an der Maschine... Wir können irgendwas analysieren und ich vermute dann auch herstellen, oder? Analyze. Ah ja. Analy... Ne, warte mal. Ach ne, warte mal, der ist analysiert. Um was geht das hier? Das versuchen wir gerade selber rauszufinden. Oh, guck mal hier! Eine Fliege! Das Charakterdesign ist voll süß irgendwie. Voll knuffig. Wo landet denn der Kram, den ich hier einsammle? Keine Ahnung. Weil wenn man... Hier? Im Backpack landet der. Ach, und wie kann ich auf meinem Backpack? Ach, da. Tab wahrscheinlich, wie immer. Ja, wie immer. Außer bei The Forest. Da, jetzt auch bei mir. Jetzt auch, ja. Wollen wir mal weitergehen? Ich hab das Gefühl, hier ist falsch, oder? Oder? Aber wir müssen doch jetzt irgendwie eine Axt herstellen. Ja, Stan. Und eben hat meiner gesagt, als ich hier reingelaufen bin, looks like our new home. Warte mal, guck mal. Hier. Find water. Investigate the mysterious machine. Warte mal, hier. Plant Fiber. New crafting ideas. Woven Fiber. Woven Fiber. Woven Fiber. Woven Fiber. Woven. Woven Fiber. Woven Fiber muss man, glaube ich, herstellen. Ja. Wahrscheinlich. So, und jetzt kann ich uns gleich eine Axt noch machen. Ich hab mir jetzt eine Axt gemacht. Wieso habt ihr schon eine Axt? Dich nicht? Wie viel Sprick? Wo krieg ich einen Sprick her? Ah, hier. Ja. Ja. Ach, krass. Guck mal. Man kann die richtig aufsammeln und alles. Wie? Man kann die richtig aufsammeln? Ich weiß nicht, wo du bist. Gibt's ne Karte? Ah, das bist du. Ich stehe direkt vor dir. Ach so, ich sag's ja easy. Unload. Ach so, ich brauch noch andere Sachen. Ach so. Guck mal, kann ich die auch hier hinlegen? Okay. Hack. Was ist denn Hack? Kann ich nicht. Ah, ich kann bis zu fünf Grasdinger aufsammeln. Ich leg die mal hier vorne hin. Wo crafte ich denn? Mach ich das im Menü oder muss ich an die Maschine gehen? Ich glaube, du musst in der Nähe der Maschine sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Im Menü. Also Tab und dann bei oben das Menü. Bei neben Inventory. Das weiß ich. Aber was muss ich machen, damit ich was crafte? Oder fehlt mir noch was? Ich versuch grad Sprick zu machen. Warte mal, das ist Resources. Ich hab nach wie vor kein... Wo habt denn ihr das Sprick her? Ich hab ne Wasserquelle gefunden. Ah, hier. Das ist Sprick. Ah, okay. Here we go. Das ist voll schön das Spiel. Guck mal, hier oben ist ne Pusteblume. Oh. Alter, man kann ja richtig hier hochklettern überall. Crazy. Game of the Year, yo. Ich kann mir ja hier mal was von nehmen einfach, ne? Ja. Ja, ich hab da ein bisschen was hingelegt. Kann ich nämlich, glaub ich, die Axt... Ach ne, ich brauch ja noch diese ollen... Oh Mann. Find water. Das hat Izzy doch schon gemacht, oder? Aber ich glaub, das muss jeder für sich, oder? Wenn das bei euch noch steht. Kann natürlich auch sein. Bei mir steht immer noch investigate... Nee, warte mal, find water. Stimmt, ja. Und... Soll ich das dann jetzt einfach mal slurpen, oder was? Oh oh, die Ameise wartet schon wieder auf dich. Wo hast du das Wasser geslurpt, aus der Pfütze? Ja, ich bin hier gerade runtergegangen, ja. Slurp. A little slurp. Find clean water. Also ich krieg dieses Wovenzeug nicht hergestellt. Das muss aus diesen, was so ein bisschen aus wie Samen aussieht, herstellen. Was aus dem Boden läuft, aus dem Boden wächst. Oh, ein Ladybug. Das Charakterdesign ist super. Guck dir den Käfer an. Ich hänge fest. Ich will drauf reiten. Hat schon ein sauberes Wasser... Ja genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Okay, also hier sieht es ziemlich trocken aus. Oh Gott, ich habe Hunger. Oh Gott, ich verhungere bald. Was ist das denn? Ich muss die Pilze einsammeln, Pixel. Ich weiß, ich wollte. Ich wollte. Ich habe nur Fliegenpilze gefunden. Oh hier, was ist denn das hier? Ein Russelkäfer, Alter. Das hier ist bestimmt clean water, oder? Hm. Ah, hier, die kleinen. Ah. Du hast eine Muschrone gekauft. Du kannst konsumable Items mit dem Inventory-Menü essen. Okay. Vielleicht muss man das selbst herstellen? Edible Consume. Ich bin nicht mehr durstig, ne? Aber, äh, durstig. Aber die Quest hier clean water zu finden, ist halt immer noch, oder? Ja. Hm. Hier gibt es bestimmt irgendwo ne, irgendwie, keine Ahnung. Irgendein Dächlein, oder ein Glas Wasser, oder irgend sowas. Ich denke mal, das Bodenwasser hier... Oh Gott, da ist eine Spinne. Uhhh. Oh mein Gott. Ich werde gejagt. Ich weiß nicht von was, aber ich werde gejagt. Was sind unsere Base? Da, wo ihr sie rumsteht. Ne, ich bin nicht in der Base. Krass. Ich habe clean water hier. Oh mein Gott, sehr gut. Komm mal her, Pixel. Ja, ich renne, ich renne. Dieser Tropfen? Ja, bevor einer schlüpft, ich will das... Oh, Izzy. Oh, was? Jetzt hat Izzy das getrunken, alles alleine. Aber hier ist doch noch mehr. Ist das so ein Tropfen gewesen? Ja, hier sind doch noch mehr. Ja, genau, so Tropfen unter... Hab ich schon gefunden. Aber der hat nicht erst clean water gezehrt. Bei mir schon. Hier, Elko. Siehst du das? Ja, ich glaube... Ich weiß nicht, ob ich da auch komme. Kannst du auf mich draufklettern? Alter, verfuck mich. Ach, guck mal, guck mal. Ist krass. Okay, ich muss jetzt, glaube ich, mal zu euch kommen. Oh Gott. Was bedeutet die Musik? Hab ich jetzt Akro? Okay. Hab's jetzt auch. Ja, ich hatte gerade eine Milbe oder irgendwas erledigt. Okay. So, ich muss essen noch. Alter, hier liegt... Was ist das denn? Der fuck ist das? Alter, ein Schrumpfstrahl oder was? Ah, Frick. Wo sind das Wasser, Izzy? Muss man unterhalb von Grashalm gucken. Genau. Also ich hab meinen weggeschluckt schon. Kann man die runter schlagen oder was? Ah. Ja, du musst hoch springen und dann... Nee, ich konnte die noch runter schlagen. Okay. Die ging schlagen und dann platscht dann da unten. Okay, cool. Cool, cool, cool. So, ich hab ein bisschen was gefunden zum Analysen. Das mach ich mal eben. Und wie esse ich diese Pilze? Die großen Pilze gehen aber nicht, oder? Nee. So, wo sind mal Pilze? Können wir auch in das Haus reingehen? Weiß ich nicht. Es ist irgendwie... Es wirkt so am Anfang fantastisch. Ich finde das Wort fantastisch beschreibt das Spiel gerade ganz gut. So, die Frage, wie viel Content und so weiter und so fort. Aber der erste Eindruck ist richtig schön. Crafts... Erstmal einen Speer machen. Den ganzen Abend nur rumlaufen und Sachen sammeln. Den hab ich schon. Oh oh, oh oh. Threat engaged. Oh mein Gott. Die Pilze noch. Okay, ich komm jetzt auch erstmal nach Hause und guck jetzt auch mal, was man hier craften kann. Wollen wir mal irgendwo unsere Base schon mal aufschlagen? Also unsere richtige Base? Ich muss kurz trinken. Können wir denn schon... Also ich kann schon ein bisschen was bauen. Okay, ich wurde verletzt. Äh, können wir machen, ja? Von mir aus? Ich weiß nicht. Dann nehm ich mal ein bisschen Grass Planks mit. Craft Bandages to restore. Ach Gott, Alter. Ich liebe immer in Spielen so ein Suchfeld, wo man einfach eingeben kann, was man craften möchte. Das vermisse ich hier etwas. Okay, erstmal Essenskram nach oben pushen. Craft... Ach guck mal, es gibt auch eine Karte. Okay, cool. Quests. Also die nächste Quest, die wir haben, ist die Mysterious Machine. Das wird das Ding sein, oder? Ja. Oh, Alter! Fucking... Tricksfliege. Rock, net, mad. Miet. Analyze. So, was ist jetzt die Mysterious Machine? Das hier in der Mitte? Ich bin mir nicht sicher. Ich trage auf jeden Fall mal ein bisschen Gras drüber. Wo ein Power-Knopf ist und Sign. Activate. Ich hüpfe mal drauf. Ach so, du bist in dem Ding. Okay. Ist das die Mysterious Machine? Kann sein. Weiß ich nicht. Habe ich gerade überlegt. Wollen wir da neben unsere Base aufschlagen? Ich habe da schon ein bisschen Gras hingetragen. Ja. Mach ruhig. Weg los. Ich baue den Graben. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich baue Gras an. Ja. Craft a trail marker to mark the location on your hut and map. Oh, da ist die Maschine das, womit wir vorne Sachen analysiert haben. Naja, da war ich ja gerade dran. Genau, da war ich dran. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Build a Link to investigate a mysterious machine. Warte mal, sehen wir das nicht sogar auf der Karte irgendwie eingezeichnet? Ne, die mysterious machine ist tatsächlich das Ding vor uns. Aber weibliche Intuition. Wussten. Izzy? Ja? Wenn du Gras findest, kannst du hier drauflegen. Habe ich ein Lager gebaut. Sechs Stück habe ich davon. Aber wie kriege ich die denn aus meinem... Ne, die großen Grasdinge, die du aufsammeln musst. Die kannst du nicht im Backpack lagern. Achso, das sind die. Achso. Dann brauchen wir den Crafting Table. Snacks. Puss, ich habe meine Axt geworfen, verdammte Scheiße. Ähm, wir brauchen Dandelions. Also diese Löwenzahn-Dinger. Das hatte ich eben... Da muss man ganz kurz nach oben gucken. Schon mal irgendwie gegen gehauen. Habe ich das nicht eingesammelt? Sag mal, wird es dunkel oder bilde ich es mal ein? Hat das Game noch einen Tag-Nacht-Zyklus? Ja. Oh, nice. Ich liebe Games mit Tag-Nacht-Zyklus. Drei. Oh, yes. Cool. Dimm, 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 dimm. Hat schon einer das Crafting-Rezept für den Boden? Äh, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht mehr, ob ich überhaupt die habe, die du hast. Äh, crop. Oh, was ist das dann? Dry-Grest-Chunk. Bei Base. Wall, Wall, Door. Äh, nein. Oh nein, ich muss was essen. Ey, sieh, du bist doch fürs Essen zu... ...zuständig. Ich dachte, die Rollenverteilung wäre jetzt spieleübergreifend geklärt. Ach so, nee. Jedes Mal aufs Neue, ey. Mann, Mann, Mann. Das sehe ich nicht so. Okay, jetzt, das Einzige, was wir noch brauchen, ist ein Boden. Ah, das Rezept haben wir jetzt noch nicht. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ich glaube, ja. Ein Boden. Okay, ich wollte mich schon... Haben wir irgendwie so diesen Working Bench oder so? Haben wir nicht, ne, aktuell? Ähm... Ups. Kann man craften. Oh. Ähm... Workbench-Gear. Also, wir brauchen auf alle Fälle so ein Workbench-Teil, würde ich mal sagen. Weil damit lassen sich nämlich... Ach, guck mal hier. Ach so. Base-Building-Utilities. Workbench, hier. Grass Plank und zweimal Sap. Noch. Okay, wir brauchen noch zweimal Baumharz. Okay, einmal nur noch. Isi, hast du noch Sap? Äh... Zweimal. Okay, hat sich gerade erledigt. Äh... 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 Was ist denn das? Eine Schrecke? Ach so. Stimmt, wir haben ja keinen Boden. Ich baue die Workbench mal draußen hin, ja, weil... Drinnen geht ja nicht. Äh... Noch nicht. Noch nicht. Äh... Platzieren ist. Keine Ahnung. Ach so. Ach so, das... Ach so, man muss ihn schütteln. Ich dachte... Ja, ja, du musst... Ich glaube, das einzige ist so... Ah, nice. Okay. Geil. So, das ändert ja einfach mal alles. Ich hab das ganze Zeit... Hört ihr auch dieses radioaktive Geräusch oder bilde ich mir das nur ein? Ich hab das ganze Zeit das Gefühl hier, so ein Dings... Okay, das radioaktive Geräusch kommt, wenn man mit der Maus oben über die... Äh... Menüeinträge hovert. Das klingt voll radioaktiv. Cloverleaf. Oh nein, ich ertrinke, ich ertrinke! Wie komm ich hier wieder raus? Ich seh nix. Okay, warte mal, ich schaff's, ich schaff's. Warte mal, wer ist Willow? Izzy. Äh... Elka. Ich, ja. Warum? Ich durfte Willow nicht sein. Ach so. Oh... Cloverhood. Ed. Okay. Oh... Ich habe Feuer gemacht. Nice. Erstmal so ne blattlos kochen. A roasting spit must be was? Keine Ahnung. Ich hab grad nichts zum analysieren da. Ich glaub ich hab... Geil, Alter, hier die plattlos, wie sie sich an diesem Grashalm überm Feuer dreht. Oh... Beste Proteine hier, Alter. Nom nom nom. Sehr gut. Boah, was war das denn? Ich war's nicht. Ich glaub ich hab grad einen Grashalm umgerannt. Okay, kennst du deine eigene Kraft nicht, Junge. Ich hab jetzt ein Dach. Haben wir schon ein Dach? Dach haben wir schon, ja. Also haben wir noch nicht, aber hatten wir schon Feuer freigeschaltet. Aber ich denk mal, Priorität sollte erstmal am Boden sein. Ja... Ich kann so ein Roasting-Spit machen, wo wir, glaub ich, äh... Oder haben wir das schon, dieses Lagerfeuer-Ding? Ja, ich hab das schon grade gemacht, aber du hörst ja nicht zu. Das ist das. Es kann ja sein, dass du nur normales Lagerfeuer hast. Bei mir kann man Essen ranhängen. Ja, hab ich doch grade erzählt, oh, wie die Blattklaus sich auf diesem Grashalm überm Feuer dreht. Elka, wer redet da grade? Unglaublich, Alter. Erst stellt sie ihre Rolle des Essensbringers, Beschaffers in Frage, Alter, und dann auch noch das. Das ist dreistisch. Ich hab das nicht falsch. Verdammt nochmal dreist. Kann ja nicht sein, dass wir noch keine Böden haben, ey. Es muss irgendwas ganz rudimentäres, Alter, was wir bloß grade nicht sehen. So, jetzt bin ich zu dir gerannt, ich dachte, du stehst bei der Base. Wir sollten, vorhin hieß es, wir sollten irgendwas craften, damit wir das auf der Karte markieren können. Das brauchen wir beide hören. Wild Elite 2, vielleicht sollten wir das erst mal machen. Genau, das mein ich. Dann mach ich jetzt mal so ein Lean-To. Ähm, bau ich mal neben unserer Base hin. Shit. Bam. Kann man Sachen aus dem Inventar irgendwie löschen, oder? Okay, ich glaub, hier ist grad was Gruseliges passiert, glaub ich. Okay, und was? Ich weiß es nicht genau, das sieht aus wie so eine Hand, die da irgendwie aber Wir können auf jeden Fall, glaube ich, die Nacht für Minecraft überspringen, wenn wir alle schlafen legen. Oh nein, ich werde einfach von angegriffen Aua Du kannst sie nicht alleine lassen Aber diese komische Hand ist da immer noch, ist das eine Schlange? Das ist bestimmt eine Spinne, ist hier in keiner Hand Nein, das sieht aus wie ein Arm oder eine Schlange Will mal einer kommen, bitte? Du warst so weit weg, ich hatte überlegt, ob ich hingehe, aber ich gehe jetzt zu Elka Okay, ich bin tot Wenn ihr mich in 28 Sekunden rettet, dann überlebe ich Okay, ich lauf schon los Vielleicht war es doch ein Spinnending hier zum Berg Auf jeden Fall ist die Hand verschwunden und dann habe ich daraus was angegriffen Und jetzt bin ich tot Mhm Sah aus wie ein Arm, vielleicht hat die unten rausgeguckt erst Jetzt wollte ja keiner gucken kommen, damit man sich jetzt über mich lustig machen kann Niemand macht sich über dich lustig, okay M-m-m Wenn scheitern Du kommst nicht mal, ich hab dir geglaubt Hier Pixel, die Teile Hast du so, baum mal auch so eins Hier die Damit kann ich einfach mitbenutzen Set Respawn Point, oh, cool Oh, der kleine Geist ist süß Ich glaube, wir können nicht zusammen drin schlafen Ach, guck mal, hier ist ein Superquit-Club Den wollte ich drücken, ne? Haben wir jetzt ohne ihr Sie geschlafen? Ich glaube, ja Ich hab Superquit gedrückt Superquit, okay Interessant Immer wieder eine Freude mit euch Beiden Mädels schlafen in einem Zelt Ja Kleine Pyjama-Party Mussten noch kurz über Jungs reden Jungs sind doof Wem sagt ihr das? Ich muss jetzt mal den Käfer leider töten Tut mir leid, Weevil Raw Weevil-Meat New crafting ideas Stuffed Weevil Weevil Okay, also die erste Nacht war ja noch relativ ruhig Ich meine, Izzy ist gestorben, aber Wie ist das halt? Tools Acornshell Was bedeutet das? Achso, dass ich es craften kann Okay Oh, guck mal, hier ist ein Storage Basket Haben wir schon so ein Ding? Ne, ne? Äh, ne, hab ich noch nicht gemacht Okay, dann mach ich mal eins Okay Nur die Zentimeterangaben sind voll süß 60 Zentimeter bis zu meinem Rucksack Okay, das ist knuffig Ah, cool So, hier unter dem Stein Ja, ich seh euch doch Die gucken nämlich Das ist eine Spinne Aber die strecken ihre Arme raus Ja, komm mal jetzt hierher Es ist Rache angesagt Ja Wahrscheinlich sterbe ich gleich nochmal Was ist noch eine Spinne? Also, ich steh davon aus Das ist unterm Stein Man sieht aber nur die Arme vor sie Hm Du kannst die Löwenstern-Dinger benutzen Um irgendwo runter zu fliegen Ah Okay Hast du das jetzt schon benutzt? Ne Okay Wie lange muss ich denn hier an die Disteln ranhauen Bis die kaputt gehen? Oh, ich bin thirsty Okay, LK Achtung Ich bringe jetzt zu dir Das wird episch Hinter dir Wo bist du? Achtung Ja, ich seh Ich seh's Okay Klappings fest Am Grasheim Er kann sich fort Und halt noch eine Scheibe davon abschneiden Alter, nice Okay, ich brauche was zu trinken Ähm Gras, Gras, Gras Wo ist der verdammte Morgentau? Achso Das geht gar nicht kaputt Aber ich habe 57 davon Hat man jetzt schon irgendeine andere Wasserquelle noch außer diese Tropfen? Ne, ne? Ich glaube nicht, ne Okay Auch doch, äh, diese Honey-Dinger Diese gelben Piss-Tropfen Effort Honey, you? Die kann man auch Die geben, essen und Ja, a small amount of thirst Okay, cool Consume Okay, okay, okay Hm Da Boah, krass Wannst du? Oder Wanns hin? Ah Oh Okay, cool Dann Ich habe erstmal einen Knopf auf der Maschine gedrückt Einen Knopf Achso, da gab es einen Knopf Unblocked Substructed Laser Hm Okay Pixel, willst du mal mitkommen? Von der Maschine gehen jetzt drei Laser aus Zwei davon gehen Und einer wird irgendwie blockiert hier Da, wo ich jetzt gerade bin Ach, sind das diese Maschinen, die wir da so Wenn man nach oben guckt So diese Strahl-Struf-Strahlen? Ja, ja, genau Ah Was ist der Hölle, Alter? Hier ist ein Kabel Das brauchen wir bestimmt Strom Oh Gott, fuck Aber steck dich nicht in Feuer jetzt Ich versuch mal aufzuklettern Guck mal hier Das ist das Komm mal das Kabel hoch, Pixel Hört ihr manchmal auch euren Herzschlag? Ja, das ist, wenn die Stamina nach unten geht Zu viel Ausdauer Siehst du ganz links unten der Blaue Brücken Ich sehe dich nicht mehr, Eker Pixel? Ich sehe dich nicht mehr Kabel hoch Kabel hoch Achso Achso Alter, wie krass das aussieht Okay Oh Gott Zum Glück habe ich so ein Dingsbums Das ist wunderschön Ah, ja, ja, okay Guck mal, da auf die Spirale in der Mitte vielleicht drauf springen irgendwie Mach mal Nein Oh nein Oh mein Gott Okay Okay, also merke nicht auf andere Spieler rausspringen Warst du unten in der Höhle mit dem Kabel jetzt schon? Nee Uh, Alter Du darfst sie nicht zu spät zünden, den Fallschirm Ansonsten Mach die Gravitation Den Rest mit dir Craft and equip a torch When venturing into dark areas Haben wir schon Oh Gott Okay, wir brauchen hier definitiv Feuer Hat irgendjemand eine Fackel? Äh, warte Ich hab gleich eine Ich hab gleich eine Okay, mir fehlt Wie kriege ich denn das Blümchen da rein Als Fallschirm? Ich hab eine Fackel jetzt Also wenn ihr mitkommen wollt Warte kurz Rechts nimmst du dein, dein, äh, Danderlein-Dingsbums Und ziehst das rechts in den dritten Slot von oben Ganz rechts Snell Jetzt her, eben ging's nicht Okay, und hinterher Aufregend Achtung, die greifen an Dumme Zecke Ich kann doch bestimmt gleich spinnen Niemals Also die Arme Von der, die ich da unterm Stein gesehen hab Also mehr hab ich ja noch nicht gesehen Waren auf jeden Fall länger Als das von denen hier Also es scheint Slime-Mold-Stalk Slime-Mold-Torch Pick So, guck mal, eine Aufgabe haben wir schon erledigt Guck mal, hier gibt's Quarz Quarz Zeit Ich brauch mir einen Hammer für Hab ich Aber der reicht bestimmt nicht Doch reicht Hä, wieso steht hier Pick Aber ich kann's nicht aufnehmen Was da oben ist Ich kenn einen, der hat Hunger Oh Danke Hat noch nicht mal was zu essen Gott Was sind denn das? Wieso Wie baue ich die denn ab? Ich muss erst mal zurück Ich sterbe sonst Ich weiß nicht, ob ich zurückkomme Aber ich schaff das schon Wie hast du die denn abgebaut? Hast du schon so einen Hammer? Ich hab einen Hammer, ja Ah ja Hammer Kann ich auch mal Achso, ach, die Strahlen kommen jetzt hier Achso, jetzt verstehe ich das aus Okay Mit dem Hammer kriege ich die aber auch nicht ab Hast du, ihr seid schon mit alle gegangen Ich weiß nicht, wie ich herauskomme Du musst gucken Manchmal, das ist bei der Diesel auch so gewesen Wenn du dagegen schlägst, sammelst du das nicht automatisch ein Sondern das landet auf dem Boden Und erst dann kannst du, du musst es dann vom Boden einsammeln Ich hab ewig gerade gegen die Diesel gehauen Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe Dass vor mir ganz, ganz viel Stuff liegt Äh, ich komm aus der Hülle Und Oder vielleicht vielleicht noch Da, danke Ja, ich weiß, ich such grad schon Wasser Ist so einfach Da Nicht so einfach Zack, Wasser Yes Na du Fluppel, lass dich schlürfen Ausgezeichnet So Ich weiß nicht Also ich hab jetzt den Quarz unten weggemacht Der blockiert hatte Aber ich seh hier nichts weiter Ist nichts abgefallen? Hm Also der Quarz ist halt abgefallen Aber Das Kabel Es verschwindet hier einfach nur im Boden Na du kleine Rüsselkäfer Stopp 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 Okay Die Riesenspinne tötet einen mit einem Schlag Oh, überraschend Deswegen ist ja auch das Gras vertrocknet Das soll hundertprozentig ein Warnzeichen sein Dass man sich hier nicht nähern soll Wie Wüste Ganz genau Es wär cool, wenn mich diesmal einer retten würde Aber macht ihr wahrscheinlich wieder nicht Ja, Leute, du bist Hä, du bist neben der Spinne gestorben Wie soll man dich dann da retten? Ja, ihr tötet die Spinne Ja, ist klar, Isi, ist klar Ist mir schon mega Endgame Ja Ich komm auch in den 15 Sekunden nicht mal bis zu dir Mädchen sind immer so ne Schisser Alter, hier ist ein Oh mein Gott, hier ist der Ameisenbau Krass Da trau ich mich jetzt auch noch nicht rein Ich hab ja nicht mal ne Fackel Ich brauch noch was zu trinken Ah, okay Ich hab's gefunden Es war einfach nur ein Grashem In dem wir hätten fällen müssen Ready? Na, Isi ja noch nicht Was soll ich denn machen? Mitkommen Na ja, komm mal her Komm mal her, du Sag mal, haben wir eigentlich mittlerweile einen Boden? Ne Das kann ja nicht sein, Alter Wir müssen locker mit den Dinger da reinlegen Ne, hier ist noch eine andere Spinne Aber ich bin auf dem Stein Da kommt sie nicht ran So, wir haben jetzt den Boden Ich mach das jetzt hier weg, Pixel Das Gebäude? Warte Ne, den Grasheim hier Um den Laser zu Ja, warte, warte Ganz kurz, ganz kurz Jetzt, okay Ah, du verdammtes Genie Was passiert jetzt? Oh mein Gott Ich hab nen Knopf gedrückt Oh mein Gott Warum hast du den Knopf gedrückt? Ich weiß nicht Der stand Push Oh mein Gott Denn so